Verscham, verbergen! Ach, du übertreibst. Ich bin sicher, niemand nimmt die Dinge im Sport so übertrieben ernst. Ist das euer Briefkasten? Nicht schon wieder! Also, wir spielen heute gegen die Dreijährigen. Das heißt, wir haben eine gute Chance. Bist du bereit? Hast du ein gutes Gefühl? Strike 1! Das war Strike 1! Hey, vielleicht können wir Chester helfen. Wie? Indem wir ihn zum Minigolf schicken? Strike 2! Ich wünschte, mein Freund wäre der beste Baseballspieler aller Zeiten. Oh! Oh! Chester, du bist der beste Baseballspieler aller Zeiten. Du hast endlich genug Feuer. Buchstäblich. Ob man der mich auch für einen heißen Baseballspieler hält? Au! Aua! Au, ist mir heiß! Okay, jetzt kommt der Gewinnschlag. Wir müssen den Ball nur richtig treffen. Und schon haben wir... Chester hat ja den Punkt gestohlen. Er gewinnt. Meine Brieftasche. Meine Brieftasche. Mein Ohr. Meine Hose. Aber Liebling, du bist doch ohne hergekommen. Richtig. Spiel, Lander! Den fange ich. Endlich, jetzt bin ich auch mal der Star. Ich mache das letzte Out. Chester hat keine Chance einzugreifen. Baseball im Blut. Ich fühl's. Ein Flugball, den hole ich mir. Ja! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Nein, Chester hat ihn. Was ist los mit dir, Sportsfreund? Na ja, mir war's egal, wenn unser Team verloren hat. Mir ging's ums Spielen. Aber jetzt, wo Chester ein Star ist, braucht er den Rest des Teams nicht mehr. Verstehe, aber jeder in der Mannschaft ist wichtig. Kumpel, sei mein Packesel und trag meinen Schläger. Na ja, wenigstens darf ich seine Ausrüstung anfassen. Das ist die richtige Einstellung. Ach ja, Fütterung. Hier. Okay, jetzt reicht's. Ich hab die Nase voll davon, Chester's Diener zu spielen. Und von diesem Hafer, auch wenn er kalorienarm ist.